Hallo, ich bin Tabitha und möchte euch jetzt ein paar zusätzliche Informationen zu diesem tollen Essex Level 2 Laufshirt geben. Rein nach dem Motto, ich bin was, wenn ich laufe, hat Essex sich dieses funktionelle und stylische Shirt ausgedacht. Der Schriftzug und das Farbdesign stechen natürlich sofort ins Auge, du wirst aber beim Tragen merken, dass das Material extrem leicht und atmungsaktiv ist. Im Arm- und Schulterbereich wurde extrem elastisches Material verwendet, damit die Bewegungsfreiheit optimal garantiert werden kann. Ein kleines optisches Highlight und ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor sind die reflektierenden Nähte, die sich bis hinten in den Rücken entlangziehen. Ideal kombinieren lässt sich das Laufshirt natürlich auch mit den passenden Laufjacken und Hosen von Essex. Was mich an dem Level 2 Laufshirt von Essex überzeugt, ist zum einen die hohe Funktionalität, der körperbetonte Schnitt und auch diese geniale Optik. Also schau dir dieses schöne Laufshirt in deiner Runners Point Filiale mal genauer an oder bestell es online unter www.runnerspoint.com www.runnerspoint.com